Dann kommst du wieder räubern? Ne, das sind eure Pixi hier. Ja, siehst du immer zu selber, die sind schon watschig. Lass mal liegen. Komm hier rum. Tippi auch rein, Brummi holen. Guten Appetit. Räuber, Pics, wo bist du? Na, sie ist schon wieder da. Hast du schon aufgegessen dein Brummi? Klaufisch. Pics, du bist ein Klaufisch. Du musst auf deine Essensseite kommen, bitte. Das ist sie nicht. Na du? Hoch. Oh, du musst besser. Genau. Dann bist du besser. Hoch. Mit mir. Oh, runtergefallen. Bitteschön. 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 Mäh. Ja, Mäh. Ja, Mäh. Guck mal, ob es geht. Na Kali, weißt du, wir sitzen hier oder so rum? Mäh. 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 Na Kalle, Mats. Mäh. Wo willst du denn hin? Mäh. 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 Und dann ist der nimm den hier. Endlich ein Spatz. Mäh. Könnt ihr euch nicht mal irgendeinen tollen Pfiff einfallen lassen? Mäh. die Wurmer hier selber rausgekrabbelt. Mit so einem kleinen Miep geht das? Du musst da mal ein bisschen üben. Wollt ihr total klasse finden. Du musst die Frau hier nicht alle rausfummeln. Na Bonny, du skierst da auch mal einen Blick. Piep Nase. Klack, klack, klack. Der Heu war wächst. Da bist du jetzt hier wieder. Küssen. Küssen, 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 und hoch. Und ganz nach oben. Da guckst du mal, Bonny. Was ist denn hier für eine Fungle? Bist du zu langweilig, Bonny? Ja. Gut, sie kannst du mal den Bonny ein bisschen bespaßen. Den ist langweilig. Nochmal küssen. Wenn deine Fressattacke da oben fertig ist, kommst du auch nochmal zu uns. Bist du hier schon wieder? Ne, 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 ne. Ma jetzt losen Cola. Ja, jetzt mal werden sie ja ganz schnell rollen. Miep, miep, miep! Wo ist denn Ömsi? Da oben, beim Essen. Miep, die Fräuchchen hat frisch geerntete Wurmis. Magst du auch einen? Aua, nicht als Wasser packen. Die Fräuchchen. Kuck, kuck. Der gehört in den Schiff. Miepsel, miepsel, miepsel. Der dich mit seinem langen Schwanz geschuckelt. Ja. Miepsel, miepsel. Miepsel, miepsel. Miepsel, miepsel. Du bist frech. Nee, die Pony. Ja, und ich den Pony erhalte. Kennst du doch schon vom Öl, da ist nichts was dir schmeckt. Packst du dich noch eine Ecke weg? So, das muss jetzt erstmal reichen. Wieso kommst du eigentlich hier ständig bei mir räubern, Pixi? Guck mal, ich habe doch dein Dings hier schon längst fertig gemacht. Geh doch mal da ein bisschen arbeiten, anstatt mir hier alles zu klauen. Ja, siehst du. Müsst du das jetzt da im Vogelsand panieren, damit es ein bisschen besser knirrisch beim Essen, wie du das möchtest. Ömseldingen, kommst du auch nochmal runter? Ja, oder bist du heute zu faul? Ein faules Ömsi, weil so schlechtes Wetter draußen ist. Hast du ein Regenblues? Na du, wenn er wenig kommt, kommst du einmal her? Ja. 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 Ämselbär, ich seh dich. Guckst du mich so an von da oben, hm? Komm doch runter. Liebse Piepse Bär. Hups. Du willst keinen Kuss. Du willst keinen Kuss. Du willst nur. Du kriegst jetzt aber keinen mehr. Platz중. Ja, 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 ja. Wie geplatztes Pixi? Mep. Genau. Mep, mep, mep. Ups, die, ups. So. Wer holt jetzt den Staubsauger? Hm? Alle zusammen. Sieht den mal her. Den Sauberpant. Äh, nicht die, die sind rollen. Guck mal, wie vor ich denn die Hände wieder aussehen. Ui Teufel! So, ist genug. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal.